Presto 2K Spachtel fix und fertig, die gebrauchsfertige Zwei-Komponenten-Spachtelmasse für die kleinen Reparaturen im Auto, Haus und Garten. Die kompakte Set-Verpackung beinhaltet zwei Mischerspitzen, 150 Gramm Härter- und Spachtelmasse, einen Adapterkolben, eine Kunststoff-Spachtelklinge sowie eine detaillierte Gebrauchsanleitung. Zum Einsatz der Spachtelmasse wird zunächst die Mischerspitze auf die 2K-Kartusche aufgeschraubt. Mit dem beiliegenden Adapterkolben kann die Kartusche in jeder handelsüblichen Kartuschenpistole eingesetzt werden. Die Pistole anziehen und los geht's. Vor der Anwendung ca. 2-3 cm Material aus der Kartusche ausdrücken, um die 100%ig genaue Vermischung von Spachtel und Härter zu gewährleisten. Dann den Spachtel in die zu reparierende Stelle geben und das ausgerissene Scharnier in die gewünschte Position eindrücken. Danach die übrige Masse glatt streichen und fertig ist die Reparatur. Weiter geht's zum Auto. Hier werden bei Kunststoff oder auch Metall Dellen und tiefe Kratzer einfach und schnell repariert. Die bereits im Einsatz befindliche 2K-Kartusche ansetzen, die Masse in der gewünschten Menge auftragen und mit der im Set befindlichen Spachtelklinge auf die Schadenstelle gleichmäßig verteilen. Diese kann nach 20-30 Minuten geschliffen und weiter bearbeitet werden. Auch das ausgerissene Bohrloch in der Wand kann damit hervorragend repariert werden. Die durch die Mischerspitze exakt vorgemischte Spachtelmasse wird direkt in das Bohrloch eingebracht und der Dübel einfach eingeschoben. Schon ist das Problem gelöst. Im Garten steht der vom letzten Frost beschädigte Terracotta-Top. Mit dem Presto 2K Spachtel kein Problem. Einfach die genau benötigte Menge Spachtel auf die gesäuberte Bruchstelle aufbringen und die herausgebrochene Tonscherbe einpassen. Den geringen Überschuss abtragen und der Topf ist fix und fertig. Nach einer Pause von mehr als 10 Minuten, ohne dass Spachtelmasse aus der Mischerspitze gedrückt wurde, kann die Spachtelkartusche durch den Austausch der Mischerspitze wieder eingesetzt werden. Weiter geht's mit dem einfachen Kleben einer ausgebrochenen Fliese. Den Untergrund gut reinigen und eine entsprechende Menge 2K fix und fertig auftragen. Dann die Fliese einpassen und gut festdrücken. Mit Presto 2K Spachtel fix und fertig lassen sich Holz, Kunststoff, Metall oder auch Stein hervorragend kleben und reparieren. Die spezifische Mischerspitze ermöglicht eine 100%ige Vermischung der 2 Komponenten. Durch die exakte Dosierung der Spachtelmenge ist das Produkt besonders ergiebig, sauber in der Anwendung und die lästige Entsorgung von überschüssigem Material entfällt. Ich kann mich nach der Trü infecte串enden Driezen, die Anwendung und die Frisierer betrachtet, wird das Produkt mildego ist.